Der Paule ist zum ersten Mal auf dem Tisch. Ich muss mal ganz vorsichtig hier anschleichen. Das sprengt dann nicht mehr runter. Das erste Mal. Na, das ist ja prima. Na, der hört was. Der gibt die Katzenohren. Na, super! Na, super! Die Katzenohren. Die Katzenohren. Die Katzenohren. Vielen Dank.